Serena Kent Tod in Saint-Merlot Ein Provence-Krimi Gelesen von Claudia Gräf Erschienen bei Lübber Audio Der Absturz Penelope Keit stand in der Tür ihres Traumhauses und fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn. Die Wärme des Vormittags hing feucht und schwer über dem Land. Der August war eine einzige, niemals nachlassende Hitzewelle. Das Gras im Hof reichte ihr bis zur Hüfte und der penetrante Sing-Sang tausender Zikaden erfüllte die Luft. Dann und wann löste sich eine große Wespe aus dem Schwarm beim Feigenbaum, um wie ein kleiner, aber unheimlicher Kampfhubschrauber eine Runde durch die Küche zu drehen. Wieder einmal ließ sie die kaputte Fliegenklatsche auf die dicke, allgegenwärtige Staubschicht knallen, und wieder einmal verfehlte sie ihr Ziel. Was habe ich mir dabei gedacht? Die Steinfliesen in der Küche gaben keine Antwort. Sie setzte sich auf einen Holzstuhl, der unheilvoll ächzte. Sie musste sich ganz eindeutig bei den Croissants zurückhalten. Was habe ich nur getan? Klagte sie den Wänden. Nun, zum einen hast du gestern eine ganze Flasche billigen Rosé gekippt, schienen diese zu spotten. Das war nicht sehr schlau. Sie hatte fürchterliche Kopfschmerzen. Allmählich befürchtete sie, dass sie sich mit dieser Bruchbude mehr zugemutet hatte, als sie schaffen konnte, und sie war ganz allein selbst schuld. In den Tagen und Wochen danach grübelte sie immer wieder über diese entscheidenden Stunden nach, bis sie ihr ganz unwirklich vorkamen. Und dann dachte sie jedes Mal, dass diese von Hitze und Kopfschmerz vernebelte Panik in der Küche gar nichts war im Vergleich zu dem, was noch folgen sollte. Denn einer Sache war Penelope sich gewiss. Sie hatte das Haus zu diesem Zeitpunkt nicht verlassen und sich dem grellen Tageslicht des Gartens erst Stunden später gestellt. So hatte sie unmöglich wissen können, was dort kopfüber in ihrem Schwimmbecken trieb. Kapitel 1 Im Frühling war alles so anders gewesen. Penelope hatte sich unter dem wolkenlos blauen Himmel Südfrankreichs so energiegeladen gefühlt. Nach einem besonders furchtbaren Weihnachtsfest im Kreise ihrer beiden Kinder und deren unerträglichen Familien war sie vor den Osterfeiertagen geflüchtet, da sich nur mit ein paar Schokoeiern dasselbe zu wiederholen drohte. Diese zwei traumhaft ruhigen Wochen im April weckten in ihr die Sehnsucht, länger zu bleiben. Die Côte d'Azur war längst zu einem Wimbledon-sur-Mer geworden, aber das Libérantin war bezaubernd. Während ihrer Ehe hatte Penelope die Provence häufiger besucht und sich in dieser sonnigen Landschaft stets entspannen können, selbst wenn ihr Exmann so kühl und distanziert geblieben war, wie der zackige Bergrücken, der wie eine blaue Kulisse hinter den uralten Hügeldörfern aufragte. Kirchen, zerfallene Burgen und enge Gassen, die den warmen Süden versprachen, dazu üppige Obstgärten und Weinberge. Das Leben wirkte so viel entspannter hier, ohne lärmende Dauergäste, vor allem ohne Engländer aus dem Londoner Umland. Am Ende der ersten Woche hatte sie sich süßen Tagträumen hingegeben und Verkaufsangebote in den Fenstern der Maklerbüros studiert. Ein paar Tage später, nach einer besonders guten Karaffe Rosé zum Mittagessen, betrat sie schließlich eine Immobilienagentur im hübschen Dorf Menerbe. Die Frau hinter dem Schreibtisch nickte Penelope zu und setzte in aller Ruhe ihr Telefongespräch fort. Sie war der Inbegriff einer eleganten Pariserin in den Vierzigern. Blondes Haar wippte lässig bei jeder Bewegung und umspielte ein perfekt geschminktes Gesicht. Zweifellos das Ergebnis der ungemein wirksamen französischen Elixiere und Hautcremes. Die schmal geschnittene marineblaue Jacke sah aus wie Original Chanel. Penelope fühlte sich bei diesem Anblick dick und schlampig angezogen. Mit einer schwungvollen Handbewegung, bei der Anhänger des vergoldeten Armbands klimperten, legte die Frau schließlich den Hörer auf und musterte ihre potenzielle Kundin. Es war diese Art von Blick, mit dem man Leute in die Flucht schlug, die einem nur die Zeit stahlen. Davon gab es hier vermutlich eine ganze Menge. Penelope setzte ihr gewinnendstes Lächeln auf. Bonjour, Madame. Bonjour. Comment je peux vous aider? Ein hübsches Natursteinhaus, erklärte Penelope in stockendem Französisch. Danach suche sie. In Hanglage, mit Aussicht und einem Garten, aber nicht zu viel Grundstück. Drei Zimmer und zwei Badezimmer. Ein Swimmingpool oder den Platz, um einen zu bauen. Meine Güte, dachte sie dabei. Ihre Tagträume waren ja schon sehr konkret. Ich habe verschiedene Angebote, die Sie interessieren könnten, erwiderte die Französin in perfektem Englisch. Penelope wusste nicht, ob sie erleichtert sein sollte oder verärgert. Ah, gut, sagte sie. Ich heiße Madame Volancourt. Sie können entweder einen Termin zur Besichtigung vereinbaren oder Sie kommen gleich mit mir. Sie hielt einen rot lackierten Fingernagel in die Höhe. Vous avez de la chance, Madame. Sie haben großes Glück. Habe ich? Mais oui, Madame. Penelope hatte keine Ahnung, was dieser Glücksfall sein sollte, während sie aus dem Büro zu einem glänzend roten Mini-Coupe geführt wurde, der farblich zu den lackierten Nägeln passte. Vielleicht hätte sie nicht all den köstlichen Rosé trinken sollen, er machte sie übermütig. Wir müssen uns beeilen. Ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer raste die Maklerin los und schoss durch die schmalen Gassen aufs Land hinaus, vorbei an Gärten mit blühenden Mandelbäumen, die aussahen wie eine Schneelandschaft. Die ersten grünen Triebe sprossen an den knorrigen Weinranken. Hier und dort standen Menschen vorn übergebeugt auf den Feldern und prüften die Aussaat. Ruckartig scherte der Wagen zur Seite aus. Penelope umklammerte mit der linken Hand den Sicherheitsgurt, die rechte umkrallte den Türgriff. Sie bewegte instinktiv den Fuß zum Bremsen, als sie einen Mercedes überholten, geradewegs auf einen entgegenkommenden Traktor zu. Madame Volancourt ignorierte sämtliche Radfahrer und Touristen, die sich fluchtartig in Sicherheit brachten und führte eine geschäftsmäßige Konversation, in der sie beiläufig Penelopes Referenzen als Käuferin auslotete, offenbar zufriedenstellend, sie nach bisherigen Aufenthalten in Frankreich befragte, Familienstand und den Verlauf der Scheidung abklärte, ebenfalls zufriedenstellend, sowie die frühere berufliche Laufbahn, deutliche Anzeichen von Respekt. Das Auto sauste derweil die schmaler werdenden Straßen die Lüberon-Gebirgskette hinauf, fort von den schicken Dörfern, die bei französischen Kabinettsmitgliedern, deren Geliebten und Fotografen der Paris-Match, so beliebt waren, und hinein in eine Landschaft aus Pinien und Steineichen. Es herrschte weniger Verkehr, sodass sich Penelopes Herzschlag allmählich beruhigte. »La belle Provence«, verkündete Madame Volancourt, als sie auf einen mit Schlaglöchern übersäten Pfad einbogen, der an einem dichten Gestrüpp und dornigen Wacholdersträuchern vorbeiführte. Sie zog an einem rostigen Traktor vorbei, der auf einem verwilderten Feld stand, brachte das Auto vor einem steinernen Torbogen zum Stehen und machte eine ausladende Geste. »Voilà! Le Chando!« »Das Lied des Wassers«, so heißt das Anwesen. »Es ist ein alter Bauernhof.« Penelopes Blick folgte dem manikürten Finger ihrer Begleiterin. Das Anwesen wirkte heruntergekommen. Ein paar größere Nebengebäude lagen unter dickem Efeu begraben. Das zweistöckige Bauernhaus selbst war aus dem in dieser Gegend üblichen helle Naturstein errichtet. Von den hölzernen Fensterläden blätterte violette Farbe ab. Einige hingen schief in den Angeln. Penelope konnte sich sofort ausmalen, wie sich das Anwesen wieder herrichten ließe. Ein duftiges Wohnzimmer, eine Terrasse, auf der man abends unter einem Sternenhimmel essen konnte. »Nein«, ermahnte sie sich selbst, »hör auf damit, bleib am Boden!« Sie hatte nur Kaufinteresse vorgetäuscht, um nicht sofort abgefertigt zu werden. Aber ein heruntergekommenes Bauernhaus in der Provence, sinnierte Penelope, als die Maklerin mit einem großen Schlüssel die Tür entriegelte. »Was ich daraus machen könnte?« Der dunkle Flur roch muffig und nach Mäusen. Penelope atmete flacher. Madame Valancourt schritt auf ihren hochhackigen, klackernden Sandalen voran. Penelope folgte, sich Schritt für Schritt vorantastend. In einem geräumigen Zimmer, das sich als Küche entpuppte, öffnete die Maklerin das Fenster und stieß mit einem schauerlichen Knarren die Fensterläden auf. Licht strömte herein und beleuchtete die staubigen Oberflächen.